Jemand auf dem Balkon weiß das. Jemand auf dem Balkon weiß das. Mama, kommst du bitte? Die Sonne kommt hoch. Da siehst du. Ja, jetzt kommst du toll. Echt. Das ist scheiße mit dem Sonnenwetter heute. Ich habe nur Probleme, wobei ich muss sich um meine Probleme kümmern. Ich verstehe das nicht. Wenn er es auch, wenn die Leute es auch nicht sind, dann weiß ich was. Die Leute, die ich gemeldet, blockiert und rausgelöscht habe, die Leute, die ich gemeldet, blockiert und gesperrt und rausgelöscht habe, die sind es garantiert nicht. Nein, das meine ich es auch nicht. Verstehe ich nicht. Dass der, dass, dass vielleicht der, die, 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 dass die vielleicht das selber sind? Nein. Da würde Facebook das bei anderen Leuten auch machen. Ja. Da würde Facebook bei anderen scheiße Leuten das auch machen, tut's aber nicht. es können immer mal sein muss was doch ein bisschen rot ich habe es so angeguckt ich habe das ist nur so angeschaut gehabt weil ich keine lust mehr aufzunehmen weil ich genau gewusst habe dass ein problem kam das mit facebook wieder mit der sperre wieder mit der meldung wieder was ich gericht habe ich hätte heute morgen weiter bis zwei stunden aufgenommen habe ich hätte heute morgen zwei stündige aufgaben machte zwei stunden auf damit mit dem morgen roten sonnenaufgang mit dem himmel mit dem morgen himmel mit der sonneaufgaben mit morgen mit dem morgen himmel sonnenaufgang morgen rot morgenröte himmelsrötung morgen morgen und so mit der leute mit der beiratung dabei dabei noch bitte wollte ich habe wirklich zwei stunden gebraucht hat zwei stunden für die auftabend zwei stunden aber da kann das problem dazwischen Und ich habe bei meinem alten Handy Samsung Galaxy A32 5G, da kam so ein schwarzes Bild mit weißen Buchstaben, also mein ganz altes Handy, was ich heute morgen aufgenommen habe, das borenrote Morgenhimmel aufgenommen hatte, da kam ein ganz alt Samsung Galaxy A32 5G, was ich habe, da kam ein schwarzes Bild mit weißen Buchstaben drauf, irgendwie so eine komische Warnung wurde mir angezeigt. Es ist alles komisch, alles. Mir gefällt das alles nicht mehr, tut mir leid. Das wird rausgefällt mir auch nicht mehr, mit der Sonneneruption. Es kann heute wieder eine Hitze kommen. Gefällt keinem. Weil dann würde mich das auch nicht mehr interessieren, gar nicht mehr. Wenn es die Leute die Hände blau reiben, die Moppa-Leuten, ist mir scheißegal, dann können sie drüber mich lachen, wobei ich keine Aufnahme machen möchte, gar nichts mehr, ist mir scheißegal. Weil ich bin hier für alle, wir sind hier für alle der Sündenbock, echt. Wir sind der Prallbock, glaube ich, gesagt. Nein, Sündenbock heißt es auch. Prallbock heißt, wenn man alles abkriegt. Also, ja. Also, das gleiche, wir sind im Prallbock, ehrlich gesagt, ne? Ja. Trotzdem. Einfach von den Leuten umverschämt, halt von den Mobbern. Mhm. Ja, aber hier ist schon wieder blauer Himmel bei mir. Ja, bei der Sonne, meinst du nicht? Ich bin ja schon nicht so schön. Ich wollte doch gesagt haben, da ist ein tolles Bild hinbekommen, aber das hat mich sowieso nicht interessiert. Ich meine, es ist der Foto, ich meine, es ist der Himmel, weil ich habe diese scheiß Probleme gehabt und das hat mir jetzt gereicht. Aber irgendeiner ist es. Die Wolken sind langsam zurück, siehste. Und von mir sind das keine Regenwolken, das sind Dunstwolken, nennt sich das. Das sind keine Regenwolken, das sind Dunstwolken, aber der Balkon hier nass. Der ist Knochen trocken. Nein, das ist so cool, die Leute, nicht so gut. Das ist gut. Und das sind keine Regenwolken, das sind dunkle Schleierwolken, es geht dunklerweise, die werden auch Kunstwolken genannt, oder Kunstwolken, ich weiß es nicht. Da, die Bäume fangen schon an, verblüht die Blütenbäume, siehst du. Aber du kannst trotzdem vor der Tür keine Aufnahme machen, weil da das Auto, da das Haus. Ja. Hier die Narbe auf den Kopf und ich frage mich, was der hier macht, der ist, mit I. Da kam gerade. Gut, dass er uns nicht gesehen hat. Stell die Schille bitte ab. Weil das geht nicht mehr so weiter, es kommt auch noch der eine, der schon mal hier war. Nein, da geht so Besuch. Das war der. Haarblatze, die Haare kurz, das Aussehen. Beuchten, Bauch, das war der. Beuchten, Bauch. Weekend, Bauch, das war der. Bauch, Bauch. Wask ab jetzt also aktiviert. Nein, also was Kalkita. Cause Kalkita. Beuchten, Bauch, operationstag und Gesale Abraham, dastischen Gewalt здесь. Wun 얘기 haben wir etwasufen, Riesst élect wurde, leber unter und die Leber hier dabei. Er publications könnte kurz nach W Daumen und sich! Und hier sein H у Frau, s liegt nicht wirklich dem Busthaus. Dass auch gericht nach Wund δ�. Netz nehmen und hier. Vielen Dank. Da kommt Sonnenstrahl aus der Wolke, links bei der Sonne. Siehst du das? Guck mal. Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020